Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Magdalena und ich werde dich heute durch das Thema Division von ganzen Zahlen begleiten. Zu Beginn lege dir Papier und Stifte bereit, dass du etwas notieren oder rechnen kannst. Manchmal kann es vorkommen, dass du etwas nicht beim ersten Mal verstehst. Dann ist es wichtig, dass du dir Zeit nimmst, um über deine Frage nachzudenken. Wenn sich deine Frage nicht gleich klären lässt, geh im Video zurück und schau es dir am besten noch einmal an. Wenn du schon sehr lange am Computer sitzt und nichts mehr in deinen Kopf hinein möchte, kann es hilfreich sein, eine kurze Pause zu machen. Hole dir einen Schluck zu trinken oder gehe kurz ins Freie, um frischen Sauerstoff zu tanken. Du solltest bereits wissen, wie zwei natürliche Zahlen dividiert werden. Wenn du dich nicht mehr erinnern kannst, sieh dir dazu am besten den Videozyklus Division mit natürlichen Zahlen an. Schauen wir uns als Wiederholung der Division gemeinsam ein Beispiel an. Bevor wir die Division lösen, möchten wir uns noch einmal die Fachbegriffe für die Division in Erinnerung rufen. Stoppe kurz das Video und überlege, wie die einzelnen Teile der Division heißen. Konntest du dich noch erinnern? Falls ja, kontrolliere deine Überlegungen und falls nein, gehen wir die jeweiligen Begriffe anhand unseres Beispiels durch. Die Zahl, welche vor dem Divisionszeichen steht, nennt man Dividend. Die Zahl nach dem Divisionszeichen nennt man Divisor. Das Ergebnis der Rechnung, also die Zahl nach dem ist gleich, nennen wir Quotient. In unserem Fall wäre das 21. Drücke nun auf Pause, schreibe die Division ab und beschrifte die einzelnen Teile deiner Rechnung, damit du dich nachher auskennst, wenn wir von Dividend, Divisor und Quotient sprechen. Wir wissen bereits, dass alle natürlichen Zahlen eigentlich positive ganze Zahlen sind und daher mit einem Plus geschrieben werden können. Alle Plus in unserer Rechnung sind Vorzeichen. Diese geben an, dass wir es mit positiven ganzen Zahlen bzw. natürlichen Zahlen zu tun haben. Im nächsten Schritt müssen wir die Zahlen inklusive ihres Vorzeichens einklammern, damit wir wissen, dass alle Plus unsere Vorzeichen sind und das Divisionszeichen unser Rechenzeichen ist. Anhand des Beispiels haben wir gesehen, dass das Ergebnis wieder positiv ist, wenn der Dividend und der Divisor positiv sind. Hier ein wichtiger Hinweis. Gerade bei den ganzen Zahlen ist es notwendig, das Vorzeichen nicht zu vergessen, da es einen Unterschied macht, ob wir zum Beispiel von Minus 2 oder Plus 2 sprechen. Dies lässt sich gut auf einer Zahlengerade darstellen. Und noch eine kleine Bemerkung am Rande. Vor jeder positiven Zahl steht normalerweise ein Plus. Dies können wir, müssen wir aber nicht hinschreiben. Wie unterscheidet sich nun die Division von beliebigen ganzen Zahlen, also von positiven und negativen Zahlen, gegenüber der Division mit natürlichen Zahlen? Hast du eine Vermutung? Drücke auf Pause und überlege kurz. Richtig! Wir müssen unbedingt die Vorzeichen beachten. Das heißt, dass entweder der Dividend, der Divisor oder beide positiv oder negativ sein können. Woher wissen wir eigentlich, welches Vorzeichen der Quotient hat? Die Antwort finden wir bei den Regeln der Multiplikation mit ganzen Zahlen. Sicherlich weißt du, dass die Division die Umkehroperation, also das Gegenteil der Multiplikation ist. Anhand eines Beispiels wird das schnell klar. Rechnen wir 6 dividiert durch 3 aus. Das Ergebnis ist 2. Um zu überprüfen, ob du richtig gerechnet hast, kannst du die Probe, also die Multiplikation rechnen. 2 mal 3 ist 6. Somit haben wir uns vergewissert, dass 2 der Quotient unserer Division ist. Somit gelten alle Regeln für die Multiplikation mit ganzen Zahlen auch für die Division mit ganzen Zahlen. Und noch ein kleiner Hinweis. Die Umkehrung muss ebenfalls bei Berücksichtigung der Vorzeichen funktionieren. Machen wir eine weitere Aufgabe. Minus 24 dividiert durch Plus 8. Bevor wir den Quotient berechnen können, sollten wir zuerst einen Blick auf die Vorzeichen werfen. Dir sollte bereits aus der Multiplikation mit ganzen Zahlen bekannt sein, wie aus beiden Vorzeichen das Vorzeichen für das Produkt ermittelt wird, wenn man sie miteinander multipliziert. Solltest du das nicht mehr wissen, schau dir am besten den Videozyklus von der Multiplikation mit ganzen Zahlen an. Wie sieht das bei unserer Division aus? Wir haben vorhin bereits erwähnt, dass der Quotient negativ ist, wenn Dividend oder Divisor negativ ist. Nun schreiben wir nach dem Istgleich ein Minus hin, damit wir das nicht mehr vergessen. Jetzt können wir die Division wie gewohnt ohne Vorzeichen ausrechnen. 24 dividiert durch 8 ist 3. Somit lautet unser Quotient Minus 3. Schauen wir uns anhand einer letzten Aufgabe an, welches Vorzeichen der Quotient zweier negativer Zahlen hat. Die Division lautet Minus 324 dividiert durch Minus 12. Betrachten wir zuerst die Vorzeichen. Sowohl der Dividend als auch der Divisor haben ein Minus als Vorzeichen. Auch hier können wir uns wieder an den Rechenregeln der Multiplikation mit ganzen Zahlen orientieren und wissen, dass Minus mal Minus Plus ergibt. Das bedeutet für unsere Division, dass Minus durch Minus ebenfalls positiv sein muss. Daher können wir nach dem Istgleich ein Plus hinschreiben und die Division wie gewohnt ohne Vorzeichen ausrechnen. 324 dividiert durch 12 ist 27. Somit lautet unser Quotient plus 27. Wir sind nun am Ende des Intro-Videos angekommen. Ich hoffe, du hattest Freude beim Rechnen. Wenn du wissen möchtest, welche Merksätze es für das Dividieren mit ganzen Zahlen gibt, dann sieh dir am besten das Basic-Video an.